Ihr könnt auch selbst viel tun, um euch zu schützen. Wenn ihr zum Beispiel so ein fernes Grollen in der Ferne hört, dann ist ein Gewitter im Anmarsch. Und auch wenn ihr denkt, es ist noch weit weg, es kommt bestimmt. Wie weit so ein Gewitter entfernt ist, könnt ihr so rauskriegen. Fangt an zu zählen, wenn es blitzt. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 Sekunden, bis es donnert. Sechs Sekunden. Der Schall braucht drei Sekunden für einen Kilometer. Das ist noch zwei Kilometer weg. Besser weg hier. Wenn ich nicht nach Hause komme, wo kann ich sonst hin bei Gewitter? Tja, ein Auto, das wäre ideal. Mist, abgeschlossen. Schade. Mal umgucken. Eine nette Baumgruppe. Nee, bloß nicht. Die zieht Blitze ja geradezu an. Oder vielleicht ein Jägerstand. Auch keine gute Idee. Ist ja höher als die Umgebung. Aber so ein einladender Teich. Auch so ein Blitzmagnet. Am besten, man sucht sich eine Stelle auf freiem Feld. So ein bisschen tiefer vielleicht. Und hockt sich hin. Füße eng zusammen. Und jetzt ein Regenschirm. Aber nee, mit seinem Metall zieht er doch auch die Blitze geradezu an. Weg damit. Weit weg. Tja, so musst du dann hocken im Gewitterregen. Es sei denn, du kannst ihn abstellen. Wenn er von der Feuerwehr gemacht ist. Naja. Wenn du das kannst, dann kannst du ja auch einen Regenbogen anstellen. Hm. Ha, ha.